Nrisimhasana ist die Stellung von Nrisimha, der auch als Narasimha bezeichnet wird. Annika zeigt, wie es geht. Beginne mit dem Fersensitz, dann gehe auf die Zehenspitzen, gib die Knie auseinander und gib die Knie auf den Boden. Gib die Hände auf den Boden und kralle dabei die Finger ein, so ähnlich wie die Tatzen eines Löwen, der die Krallen ausfährt. Dann wölbe Bauch und Brustkopf etwas nach vorne und gib den Kopf leicht nach hinten. Strecke die Zunge raus und schaue nach oben und gib auch die Augenbrauen nach oben, runzle also die Stirn. In dieser Stellung fühle dich wie Nrisimha, wie der Mensch-Löwe. Löwenkraft ist in dir. Nrisimha ist auch eine göttliche Inkarnation. Fühle, dass in dir Gott wirkt als Löwenkraft, mit der du viel Gutes bewirken kannst und alles Schwierige angehen kannst, alles Negative überwinden kannst. Mehr zur Löwenstellung findest du unter dem Begriff Simhasana in der Yoga Vidya App sowie auf yoga-vidya.de Vielen Dank.